Willkommen bei MathePunk. Cosinussatz. Herleitung aus dem Skalarprodukt. Die beiden Vektoren A und B schliessen den Winkel Gamma ein. Der Vektor C verbindet die Spitzen von A und B. B und C bilden einen Vektorzug mit der resultierenden A. Es gilt dann C gleich A minus B. Im Folgenden verwenden wir diese Eigenschaften des Skalarprodukts sowie seine trigonometrische Darstellung. Obige Gleichung wird beidseitig kuriert. Hier wurden schon einige Eigenschaften des Skalarprodukts verwendet. Nun verwenden wir die trigonometrische Darstellung des Skalarprodukts von A und B. Das Ergebnis entspricht dem Cosinussatz. Oder gehen Sie Listen. Jetzt gehen Sie an ab, um einen Schals zu fliegen und begerлись.